Musik Den Auftakt zum FPÖ-Ball in Schattendorf machte traditionell die Volkstanzgruppe Leupersbach. Landeshauptmannstellvertreter Johann Tschürz und Landesratmagister Alexander Petschnig waren natürlich mit dabei. Die Livemusik kam heuer von der Gruppe Taukes. Diese spielte nach den Eröffnungsdänzen der Volkstanzgruppe Leupersbach groß auf und die Ballnacht ging dann richtig los. Ebenso traditionell waren die vielen schönen Dombola-Preise, die jedes Jahr auf dem Ball der FPÖ Leupersbach zu finden sind. Mit Musik, Tanz, gutem Essen und Getränken ging es dann bis in den frühen Morgen. Musik Musik Vielen Dank. 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 Alles Schweizer. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. ... ... ... ... ... ... Musik 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 Solicit Musik Vielen Dank.